Wir brauchten für eine Baustelle noch Fassadenterüst. Aktuell haben wir Gerüste von Pletech im Einsatz. Über einen bekannten Baustoffhändler haben wir zu einem guten Kaufpreis passendes Gerüst aus Polen kaufen können. Das Gerüst aus Polen ist im Vergleich zu Pletech schon ein paar Euro günstiger. Das Gerüst aus Polen ist die Tage angekommen. Hier beim Verladen und dann der erste Aufbau auf der Baustelle. Der erste Eindruck gefällt mir. Das Stahlgerüst hat ein gutes Gewicht, scheint genug Material zu haben. Das Verzinken scheint auch zu passen. Die 3 Meter Gerüst-Bowlen fühlen sich auch gut an. Den Aufbau habe ich mal nicht gefilmt, dafür war ich zu faul. Alle Teile passen perfekt, die 80 cm Füsse sind top. Die Bowlen passen perfekt in die Rahmen und alles wie Rückenlehnen und Diagonale fühlen sich gut an. Mein Fazit zum Gerüst aus Polen. Wir sind mehr als zufrieden. Das ist gut, das ist gut.